Nicht vergessen, Kleiner, alle Zombie-Hurensöhne killen. Feuer frei! Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu verretten. Das ist eindeutig den kommunikativsten Charakter hier. Obwohl meiner hat anscheinend auch viel Scheiße zu erzählen. Ja, meiner ist da eher sehr diskret. Hahahaha, hhhahahgen! I mag die Sch Reich nicht, ne? Dahinten kommt der … Kommt, dann lass, ihr die Ecke. Kommt man hier nicht auch rein? Ah! Bro, Schleim! Ah! Ah! Erwisch! Nein! Fuck! Was war das denn? Was passiert denn hier gerade? Schleim! Ich brauch hier mal Hilfe! Auf, auf, auf! Alles gut! Ja, aber mit der Energie... Danke, Mann! Dafür ist jetzt echt keine Zeit, Mann! Los, hoch, steh auf! Das war nicht gut! Ey, mit... ...der Energie... Ich weiß gar nicht, was ihr euch beschwert! Dankeschön! Brrrr! Brrrr! Ich hatte es noch in Reserve! Weißt du, meine Munition ist auch weg, ne? Hinter uns! Von hinten! Oh, das'n, das'n, das'n! Oh, hier kommen richtig viele! Hilfe, ey! Hilfe, ey! Hilfe! Ja! Das war's mit dem Leben, ey! Der steht da noch! Hey, hier drüben! Hallo! Steh auf, steh auf! Gar nicht gut! Hm... Sechs Schuss, Mann! Werd' euch sicher pären, wenn ich hier alles checke! Das ist ne Humpelparade hier! Ja, echt! Kommt wieder! So viele Quasimodos auf meinem Fleck! Ab ins Seniorencenter! Da fallen wir nicht auf! Alter! Hab Angst! Ich auch! War das ein Tank? Ne, aber ein, ein... Hab ihn! Von oben kommt nix! Ah, ich bin in der Tür da rein! Das war's! Ja, ich will auch! Ja! Aber die Shotgun lädt so lange nach, ne? Die ganze Zeit während dem Nachblatt und schieß ich schon! Ja! Du-du-du-du-du-du! War das ein Zombie? Ihr könnt auch schießen, wenn ihr liegt! Hahaha! Hey, ich brauche Hilfe! Ach'n Dreckskram! Ich werd's nicht schaffen! Okay, danke! Ohohoho! Oh, ich hab' nur noch drei Schuss! Hm... Bro! Wie soll das denn klappen? Haha! Ja! Haha! Guck mal, da liegt... Da liegt ne Wumme, das ist okay! Jawoll! Wenn wir uns jetzt gegenseitig anschießen, ne? Dann wird's gut! Ich wollte grad sagen, ich schieß mich nur sie an! Haha! Ich bin noch nicht erledigt! Ich will ja nicht schwarzmalen! Aber das hier überlebt ich, weil ich... Du musst das schaffen! Ach'n Dreckskram! Ohohoho! Okay! Scheiße! Fuck! Fuck! Das schaff' ich nicht allein! Ich brauch' Hilfe! Ich weiß, du bist hart im Nehmen! Aber jetzt müssen wir dich schnell kurieren! Haha! Oh Gott, ich bin Black and White! Scheiße! Ich auch! Ich auch! Ach was! Ja! Ja, alle! Eult mal nicht rum, ja? Uah! Alter, ich denk' da passt die auf! Äh, keine Tücher aufmachen! Hahahaha! Zu spät! Hahaha! Von hinten? Boah! Alter, ohne Scheiß! Hahahaha! Juhuu! Hier ist das hier mit dem Schiff rum! Ja! Oh, ein Glück! Hap'n Schocker! Hap'n Schocker! Ist das nicht bald besser, will dabei auszuchecken? Ich heil mich! Rauch Deckung! Munition hier! Okay! Geht schon viel besser! Nicht auf die Scheiben! Haha! Ne, 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 ne! Boah, diese Waffe ist so kacke, ey! Ist das hier die AK, oder? Ja! Ähm! Aber wir müssen die AK vermutlich... Äh, die Scheiben vermutlich gleich zerschießen, oder? Ähm! Ja! Ich renne dann direkt hoch! Und irgendwer muss mir aber folgen dann gleich! Ah, zurück, zurück! Alle in den Raum werfen! Oh Gott! Scheiß Hunter unterwegs! Scheiß Hunter unterwegs! Scheiß Hunter unterwegs! Ja, fack! Aber wir müssen das echt gleich so machen, dass wir dann... Rausrennen, direkt hoch! Wollen wir da ne Bombe reinwerfen? Ich hab ne... Ich hab ne Rohrbombe! Ja! Ich werf zuerst, oder nicht? Ja! Ja! Auch eine! Also, ich schieß... Die Scheibe gleich... Währenddessen werf ich die erste Rohrbombe... Ja! Warte, du wirfst links, ich werf rechts! Ne, ne! Das ist Quatsch! Oh Gott! Okay, ich schieß direkt auf den Hunter durch die Scheibe dann! Ja, ich werf dann! Okay, eins! Ja! Warte, 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 warte! Hier ist drinnen, sind Zombies! Die kommen von oben! Okay, jetzt! Wenn ich den sehen würde! Okay, alles klar! Okay, und raus! Oh Gott, bin ich langsam! Da, ich seh den! Ah, ich bin weg! Ah, scheiße, ich hab's gesehen, ey! Oh Gott, ich kann ja nicht durch da die Putsche! Ne, bitte! Nein! Nein! Oh, fuck, Alter! Das kann doch nicht wahr sein! Gut, take 8, was? Versuch 8! Kauf aus des Todes, ey! Alter! Abrenalierschot! Mach die Tür zu! Ich will raus! Raus! Der Hunter habe ich gesch... Rochel! Onkel Rochel! Rochel Rochel! Rochel Rochel! Rochel Rochel! Rochel! Öh! Boah! Mein Fehler! Ich weiß! Ich weiß! Okay, von... Das war in die Ecke gleich! Das war in die Ecke gleich! Boah, ich hab Katana! Katana geht richtig ab! Ninja besser, oder was? Der Ninja-Schwert! Ja! Ich will da nicht weiter! Was bollert hier so? Auf irgendwas... Auf irgendwas freundliches! Ja! Warum kommen die wieder von unten? Das kann man gar nicht angehen! Wo kommen die denn hier? Lass mal so ein bisschen runter wieder gehen gleich! Ja! Hier die Ecke! Ja, oder das! Hier steht viel rum! Hinter dir! Oh Gott! Hier kreucht irgendwas! Hier ist die Ecke! Ich brauche Hilfe Männer! MANNE! M-männer! M-m-m-männer! W-m-männer! Besten Dank! Bitte! Was macht denn hier solche Geräusche? Ist das aber... Stimmt der Tank! Nee, dann lebt die Erden, oder? Nee, die Erden! Hörst ihr hier, kannst du mit Midi-Packen? Ah! Ich glaub, ich glaub, ich... Das klingt nach Tank. Ja, ich seh ihn auch! Oh jo... Ja, du Scheiße. Ja. Einfach mal Joni umgehauen und weiterlaufen. Das war einfach nur die Killerzeit. Ja. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Jawohl. Und auch ohne wichtige Verluste. Siehste, nicht weiter stehen. Alles klar. Wie kann das denn sein, dass Joni schon wieder direkt vollgekotzt wurde? Eine sehr gute Frage. Von wem? Kannst du mir ein Medi-Pack geben? Ach ja. Na gut. Aber dass das nicht jetzt öfter vorkommt, ne? Ich will dir gleich mal öfter vorkommen, Alter. Ey, wollen wir noch mal Munition nachtanken? Ja. Ja. Das wäre eine sehr gute Idee. Ich habe mir gerade alles gebrochen, glaube ich. Scheiße, Mann! Ey, ich habe dir doch gerade ein Medi-Pack gegeben. Ja, ich bin hier runtergesprungen. Ohohohoho. Ah, Alter. Genius, ey. Oh, mein Juni. Wie machst du nicht, dass es hier falsch ist? Ach, übrigens. Wer hätte es gedacht, Joni? Ja, was? Aber, das ist cool. Probier ich es doch einfach mal aus, oder? Ich frag nach. Nee. Ja, aber gut. Nee. Ja, so. Fragen. Warte, 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 warte. Keiner bewegt sich, ja? Also in dem Moment läuft Jens weg, ey. Okidoki. Jens, äh, Juni, guck mal draußen. Sicher. Bis auf das Projekt will ich euch. Hier liegt noch eine Baseballkeule, falls ich einer haben will. Ist da noch irgendwas, was man mitnehmen kann? Waffen oder so? Nein. Alles klar. Ja, weiter. Joji! ili- Aaaaaahhhhhhhhhhhh Sun 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 Aaaaa przedsiębior light vient silent sekali. Also schon A zat niveau. Du weißt, die herreравsvoll 빠deten, schon, Aaaaa! Und so ist es irgendwie- Na hoch. Ja, jetzt könnte ich Qiua! Ah! Ach. Ach. Nach einer Variant! Lass mal hoch jetzt. Aber hier ist irgendwo ne Ridge. Ich hab voll Schiss, dass sie auf dem Klo hockt, aber da könnte man noch was nützliches finden. Ne, die steht hier im Gang. Oh Gott, die kommt. Also so ein bisschen. Die müssen wir wegmachen. Wer hat am wenigsten Leben? Wen opfern wir? Oh, Juni. Ihr könnt mich mal. Ich hab am wenigsten Leben. Warte, sie geht in den Raum rein. Sie geht in den Raum. Schnell vorbei. Märchen, du hättest zu Hause bleiben sollen. Ja, schnell. Licht aus, wenn ihr da vorbeigeht. Oh Gott, hier. Eie. Rönder. Dann machen wir hier mal die Tüten. Wer hat... Alter, wie schnell habt ihr denn... Skill. Richtig, absolut, Skill. Elektroschock gerettet. Elektroschock gerettet. Ich hab das Scheißgefühl, der Alarm bringt uns Freude. Ja, das Scheißgefühl hat mich auch. Ja, von hinten kommen die gleich. Ja. Ah. Ah, die Witch, die Witch, die Witch, die Witch. Oh, ich hab sie fast getroffen. Ohohohoho, ich stecke doch vor der O-Kon-U-Rotting. Hey Leute, look out. Hi Sadie, willst du dir doch mal richtig Probleme machen? Ja, die kommen garantiert. Wollen wir die jetzt lieber machen, bevor... Nee, komm hier raus. Den müssen wir sowieso nach vorne. Kommt schon, Leute. Das Tank, Alter. Draußen. Ach, du Kacke. Oh, das wird ja richtig pervers jetzt. Das wird gleich pervers. Ah. Wer hat das... Wer hat denn jetzt einfach... Och, Kinder, ey. Das war der Torschau. Ja, dann raus, raus, raus. Smoker. Ja, ich fall runter. Scheiße. Leute. Denkt positiv. Vielleicht ist der Helia aus Schokolade. Haha. Haha. BAMM. Я nicht.